Hallo Marcel, stell doch dein Unternehmen in ein, zwei Sätzen doch bitte kurz vor. Hallo Johannes, also ich möchte mich mal kurz vorstellen. Ich bin der Marcel Richter, bin Gründer von Einfach 3D-Druck und habe mich auf den 3D-Farbdruck spezialisiert. Arbeiten tue ich mit der Multi-Jet-Fürschen-Technologie von HP. Wie bist du denn auf uns gekommen und wie haben wir uns denn kennengelernt? Und auf euch gekommen bin ich hauptsächlich durchs Internet auf der Suche nach Marketing und Vertriebtipps. Und ja, ihr wart die Erste und ja, Ansprechperson, die ich da gefunden habe. Welche Bedenken hattest du denn am Anfang, bevor wir die Zusammenarbeit dann gestartet haben? Ja, meine größten Bedenken waren eigentlich, wie bei jeder Beratung, ob das Geld auch dann wieder reinkommt, was man hineinsteckt. Und ja, das war auch meine größten Bedenken. Wie war denn damals deine Ausgangssituation, bevor wir dann gemeinsam gestartet sind? Also meine Ausgangssituation war so, dass ich halt rein aus dem technischen Bereich komme. Ich habe weder Vertrieb noch Marketing viel gelernt oder viel wusste ich drüber. Deswegen war das eine logische Konsequenz, dass ich dann auf euch zukommen musste, um meine Firma auch wachsen zu lassen. Was hat dir denn in der Beratung und in der Zusammenarbeit dann am meisten geholfen? Also der größte Input für mich war halt auch dieser strukturierte Plan, den ihr da vorgegeben habt. Ich konnte halt da Schritt für Schritt an den Kunden rangehen und somit auch Aufträge gut generieren, ohne mich in irgendwelchen technischen Details zu verzetteln. Was hat sich denn durch die Beratung dann bei dir persönlich verändert? Persönlich hat sich vor allem bei mir, ja, das Auftreten gegenüber Kunden verändert. Selbstbewusst, da bin ich rangegangen und ich weiß, worauf man, ja, sich beziehen sollte beim Kunden. Nicht die Kunden mit technischen Details überfachten, sondern wirklich die Probleme angehen. Dann hat es sich sicherlich für dich gelohnt und welche Erfolge konnten wir denn jetzt durch die Zusammenarbeit denn jetzt gemeinsam feiern? Ja, es hat sich definitiv gelohnt für mich. Besonders halt auch diese LinkedIn Input, den ihr mir da gegeben habt. Ich konnte damit auch neue Kunden generieren und auch, ja, mit bestehenden Kunden auch Kontakt gut halten, ja. Würdest du uns denn weiterempfehlen? Ja, definitiv würde ich euch weiterempfehlen. Habe ich auch schon gemacht.